ja hallo in diesem video geht es um die abzählbarkeit von mengen und wir beginnen mit einer endlichen menge also eine menge mit endlich vielen elementen und zwar nehmen wir diese menge hier die hat die elemente 1 3 5 7 9 und 11 so wie viele elemente hat diese menge ja die hat 1 2 3 4 5 6 elemente also bei endlichen mengen mit endlich vielen elementen da ist alles noch ganz einfach ich zähle die einmal durch 1 2 3 4 5 6 die die menge hat also sechs elemente so jetzt gibt es allerdings auch mengen die haben unendlich viele elemente und deshalb müssen wir die definition wie man so eine menge abzählt etwas ändern ja und wie lautet jetzt diese definition der abzählbarkeit die definition lautet eine menge m also diese hier ist abzählbar wenn man eine folge aufstellen kann so dass jedes element dieser menge hier als folgendlied erscheint für unser beispiel lautet dass dass das erste element der folge die zahl 1 ist das zweite element der folge ist die 3 das dritte element die 5 das vierte ist die 7 das fünfte element der folge ist die 9 und das sechste element ist die 11 ja und da sehen wir die definition ist bei unserer beispiel menge erfüllt denn jedes glied oder jedes element dieser menge ist auch gleichzeitig ein glied dieser folge hier so jetzt haben wir also die definition kennengelernt und mit dieser definition können wir jetzt wechseln zu unendlichen mengen das heißt ich mache hier mal noch ein paar punkte hinter das ist jetzt eine unendliche menge und zwar die menge der ungeraden zahlen 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 und so weiter ja und ist diese unendliche menge abzählbar ja ich brauche ja nur diese folge hier fortsetzen immer weiter so das siebte achte neuntglied und so weiter sind dann eben 11 13 15 und so weiter und so weiter ja also ich definiere diese folge hier wie heißt die übrigens die folge heißt an ist 2 mal n minus 1 ja das sind die ungeraden zahlen nehmen wir mal als beispiel die 4 hier ja also das sind die n ja also das sind die n ja erste zweite dritte vierte glied der folge n ist also hier 4 dann setze ich die 4 hier ein für n da dann habe ich 2 mal 4 das sind 8 minus 1 sind 7 und wir sehen der zahl 4 wird wirklich die zahl 7 zugeordnet ja also das ist die folge hier und diese folge bewirkt jetzt eben dass jedes glied dieser unendlich jedes element dieser unendlichen menge als glied dieser folge vorkommt ja das kann man glaube ich auch anschaulich sehen ja und deshalb nimmt man diese menge hier abzählbar gut als nächstes putze ich die tafel und dann betrachten wir mal so die mengen die wir kennen die mengen der natürlichen zahlen der ganzen zahlen und so weiter ja als nächstes wollen wir zeigen dass die natürlichen zahlen abzählbar sind das heißt wir müssen wieder eine folge angeben folgen haben den definitionsbereich der natürlichen zahlen folgen sind also funktionen mit den definitionsbereich der natürlichen zahlen und die folge ist jetzt ganz einfach der zahl 1 wird die 1 zugeordnet der zahl 2 die 2 der zahl 3 die 3 und so weiter oder allgemein a n gleich n also die folge heißt a n gleich n gut die ganzen zahlen die sind schon etwas schwieriger aber auch nicht schwierig wir müssen also wieder eine folge angeben also so wie hier schreibe ich mal erstmal wieder hier meine n's hin 1 2 3 4 5 6 und die definition sagt und so weiter natürlich und die definition sagt ich muss jetzt eine folge angeben also diesen natürlichen zahlen andere zahlen zuordnen aus dieser menge der ganzen zahlen so dass hier jedes jede ganze zahl einmal als als folgenwert dieser folge hier vorkommt das mache ich folgendermaßen das erste folge glied da nehme ich erstmal die 0 damit die schon mal weg ist so und jetzt kommt immer ein positives glied und ein negatives glied plus 1 minus 1 ja und jetzt immer im wechsel ein positives glied ein negatives glied plus 2 minus 2 und so weiter das dehnt sich dann nach links und rechts aus und ihr seht schon damit kann ich wirklich alle ganzen zahlen erfassen ja also jede ganze zahl kommt einmal als glied dieser folge hier vor gut die zuordnungsvorschrift hier für diese folge die ist etwas komplizierter als hier oben das kommt daher dass ich hier immer zweimal die 1 habe zweimal die 2 immer jeweils mit unterschiedlichen vorzeichen und aber sowas kann man einfach herleiten zeige ich euch entweder am ende des videos oder ich mache besser ein eigenständiges video gut dann sind wir hier fertig und jetzt kommen wir zu den rationalen zahlen ja also zu den bruchzahlen also hier kann man sich noch vorstellen dass diese abzählbar sind aber auch die rationalen zahlen sind erstaunlicherweise abzählbar und das zeige ich euch auf der nächsten tafel ja ich habe jetzt hier mal die rationalen zahlen also die bruchzahlen aufgeschrieben hier in der ersten zeile da haben wir alle brüche die den zähler 1 haben ja und hier habe ich eintel einmal mit positiven und mit negativen vorzeichen dann halbe dann drittel hier würden kommen vier fünftel sechstel siebtel und so weiter so dann beginnt in der zweiten zeile genau das gleiche aber jetzt ist immer der zähler gleich zwei ja eintel halbe drittel viertel fünftel sechstel und so weiter ja und das geht also auch nach unten weiter also hier von oben nach unten da steigt immer der zähler an eins zwei drei vier und so weiter und von links nach rechts da steigt immer der nenne an eins zwei drei vier fünf und so weiter gut und die negativen zahlen die müssen wir ja auch berücksichtigen in unserer folge die wir jetzt aufstellen wollen ja und die habe ich einfach dazwischen gequetscht dazwischen gequetscht es kommt immer ein positives ein negatives ein positives ein negatives gut ja die definition sagt jetzt ich muss eine folge angeben und diese folge muss dann alle werte dieser menge hier also alle rationalen zahlen erfassen ja und so eine folge kann man ganz einfach angeben dann nehmen wir erst mal hier diesen term hier die 1 die 1 gut dann gehen wir von hier nach hier so diagonal und das zweite folgenglied ist also minus 1 minus ein eintel ist minus 1 und das dritte folgenglied das ist dann 2 durch 1 also 2 so machen wir jetzt weiter das nächste wäre dann hier diese diagonale ja also das vierte folgenglied heißt dann ein halb dann kommt minus 2 dann kommt 3 so und dann machen wir weiter hier diese diagonale da haben wir also minus ein halb minus ein halb dann haben wir zwei zweitel das ist 1 dann minus 3 haben wir da und dann kommt 4 so und so kann man jetzt hier immer weiter machen und man muss aber noch folgendes machen man muss die doppelten streichen ja also wir haben hier zum beispiel die 1 die kommt hier nochmal vor die streichen war und ja haben wir hier noch irgendwas doppelt also ich sehe jetzt nichts aber da kommen bestimmt noch doppelte terme kann ich jetzt nicht überschauen ja aber alles was doppelt ist so wie die 1 hier streichen gut und dann haben wir also unser ziel erreicht wir haben eine folge angegeben das sind die einzelnen folgenglieder und wie man der anschauung entnehmen kann werden durch diese folgenglieder alle rationalen zahlen erfasst denn wenn ich hier immer so weiter mache dann werden die brüche hier immer kleiner ja das ist das erste kriterium und ich erfasse ich erfasse positive und negative brüche das ist das zweite kriterium ja und nach hier wird von oben nach unten wird der zähler immer größer diese brüche erfasse ich auch denn ich gehe ja auch von oben nach unten wenn sich diese diagonalen fortsetzen könnt ihr euch vorstellen dann breiten sich diese diagonalen hier also diese grünen diagonalen nach unten aus und nach rechts ja und damit erfasse ich dann eben alle rationalen zahlen das heißt ich habe eine folge gefunden die alle rationalen zahlen erfasst und weil ich eine folge gefunden habe die alle rationalen zahlen erfasst das sagt die definition dann nennt man die menge abzählbar gut noch drei kleine anmerkungen erst mal zum begriff der abzählbarkeit also es gibt ja ähnliche mengen wie zum beispiel 1 2 3 und unendliche mengen wie zum beispiel die natürlichen zahlen 1 2 3 und so weiter gut diese mengen hier sind immer abzählbar ja diese mengen können abzählbar sein oder auch nicht ja zum beispiel sind die reellen zahlen eine unendliche zahlenmenge aber die sind nicht abzählbar sondern die nennt man über abzählbar ja machen wir im nächsten video oder übernächsten gut und wenn ich jetzt hier zwei mengen habe die beide abzählbar sind ja die sind ja beide abzählbar das haben wir bewiesen und endliche mengen sind immer abzählbar ja dann nennt man die endlichen mengen abzählbar und die unendlichen mengen nennt man abzählbar unendlich ja die zweite anmerkung die betrifft hier diese folge wir haben ja gesagt dass die definition vorschreibt damit eine menge wie zum beispiel die rationalen zahlen hier abzählbar ist oder besser gesagt abzählbar unendlich ja da muss ich also um das zu beweisen eine folge finden und die muss so aufgebaut sein die folge dass jedes element dieser menge hier einmal als folgenglied vorkommt ja aber ich hätte natürlich auch eine ganz andere folge finden können wichtig ist nur dass ich eine finde ich hätte zum beispiel diese folge nehmen können das ist das erste glied der folge das ist das zweite und dann gehe ich hier so runter dann habe ich die vier weg dann gehe ich so dann habe ich die neun weg dann gehe ich so ja dann hätte ich also so ein rechteck ein rechteck was sich immer weiter ausbreitet hier breiten sich diagonalen aus so würden sich würde sich ein rechteck ausbreiten ja also was ich sagen will ist folgendes es muss nicht diese folge sein es geht auch jede andere folge hauptsache ist dass ich eine folge finde die alle diese zahlen erfasst ja und die dritte anmerkung die betrifft die reellen zahlen ich habe es ja gerade schon angemerkt die reellen zahlen sind nicht abzählbar oder genauer gesagt die sind nicht abzählbar unendlich ja sondern die sind über abzählbar weil man eben nicht so eine folge hier angeben kann die alle reellen zahlen erfasst das funktioniert nicht ja kann man auch beweisen machen wir jetzt nicht gut also ihr kennt jetzt den begriff der abzählbarkeit bei endlichen mengen endliche mengen sind immer abzählbar dann kennt ihr den begriff abzählbar unendlich das ist abzählbarkeit bei unendlichen mengen aber mengen können auch über abzählbar sein das heißt die reellen zahlen hier sind zum beispiel über abzählbar da kann man also nicht so eine folge angeben die alle reellen zahlen erfasst gut dann erkläre ich jetzt noch diesen algorithmus für die komplexen für die ganzen zahlen da habe ich ja gerade schon von geredet und dann sind wir fertig aber wer jetzt nicht an diesen algorithmus interessiert ist der kann auch abschalten gut ich erkläre erstmal was ist der algorithmus den wir entwerfen wollen das ist ein algorithmus um den um die abzählbarkeit der ganzen zahlen zu beweisen das heißt ich muss eine folge aufstellen in der alle ganzen zahlen vorkommen ja und zum beispiel kann man das folgendermaßen machen man zählt die ganzen zahlen folgendermaßen ab ich nehme zuerst mal die null ich habe es hier nochmal hingeschrieben und dann nehme ich immer eine positive und eine negative zahl ja also das zweite und dritte folgendlied sind eins und minus eins und dann kommt zwei minus zwei drei minus drei vier minus vier und so weiter also hier habe ich es nochmal hingeschrieben null eins minus eins zwei minus zwei drei minus drei dann würde es weitergehen mit vier minus vier fünf minus fünf und so weiter gut was ist das erste was uns auffällt das erste was uns auffällt ist wir müssen in den algorithmus irgendwie ein wechselndes vorzeichen reinbekommen wir haben hier plus minus plus minus plus minus und so weiter ja die null fällt etwas aus der rolle aber da kann ich einen kleinen trick machen ob ich mit null rechne oder minus null ist das gleiche ja jetzt habe ich also hier einfach ein minus vorgemacht das macht ja nichts ja und jetzt habe ich wirklich wechselnde vorzeichen und für dieses wechselnde vorzeichen da gibt es ein alleskönner so nenne ich den mal der ist immer dazu da wenn man etwas wechselndes in der programmierung erzeugen kann erzeugen will und zwar haben wir hier minus eins hoch n wenn ich jetzt für n nacheinander die natürlichen zahlen da einsetze dann habe ich einmal minus eins hoch hoch eins wenn ich die eins einsetze dann habe ich minus eins setze ich dann als nächstes die zwei ein dann habe ich die eins setze ich die drei ein dann habe ich hier wieder minus eins bei der vier habe ich wieder die eins und so weiter also ich habe immer ein wechselndes vorzeichen ja und damit wissen wir schon mal dieses wechselnde vorzeichen eins minus eins zwei minus zwei und so weiter erzeuge ich hier durch meinen alleskönner durch den faktor minus eins hoch n gut also mein algorithmus wird beginnen mit minus eins hoch n mal irgendetwas wobei man diesen alleskönner manchmal noch abwandelt man addiert oder subtrahiert eine eins hier zum n das ist manchmal nötig je nachdem wo man gerade anfängt gut aber das vorzeichen ist unser kleinstes problem schauen wir uns jetzt mal den betragsmäßigen wert hier der folgenglieder an da kommt also jedes also wenn wir jetzt nur mal hier die beträge betrachten das vorzeichen ist ja schon geklärt da kommt die eins zweimal vor die zwei zweimal die drei kommt auch zweimal vor und so geht das auch weiter ja was heißt das das heißt doch dass die folgenglieder von ihrem betrag her nur halb so schnell wachsen ja als wenn ich jetzt hier die folge eins zwei drei vier fünf sechs sieben hätte ja weil eben jeder betrag hier also zum beispiel der betrag von eins hier doppelt vorkommt ja also kann ich sagen mein mein folgenglied wächst meine folgenglieder wachsen nur halb so schnell also teile ich n durch zwei ja multipliziert hier mit meinen alles können dafür das vorzeichen ich kann ja nochmal drüber schreiben hier das ist für das vorzeichen ja und das ist hier w für das wachstum für das wachstum der folgenglieder gut also mein ansatz ist also die folge wächst nur halb so schnell weil jedes glied doppelt vorkommt also n halbe gut dann mache ich immer folgendes ich schreibe es mal ein bisschen größer dann mache ich immer folgendes ich schreibe mir mal so die ersten werte rein ja also vorzeichen beachten wir jetzt mal nicht ich habe hier n gleich 1 dann habe ich hier 0,5 wie gesagt vorzeichen ist schon geklärt beachten wir nicht dann habe ich hier n gleich 2 2 durch 2 ergibt 1 dann habe ich eine 3 das ergibt 1,5 und mein wenn ich eine 4 einsetze 4 durch 2 ergibt 2 5 hier eingesetzt ergibt 2,5 6 eingesetzt ergibt 3 und 7 eingesetzt ergibt 3,5 ja also das ist mein ziel vorzeichen habe ich schon gesagt brauchen wir nicht mehr beachten und da sehen wir das passt schon ziemlich gut hier bin ich einen halben zu hoch mit meinem ansatz hier passt es hier bin ich wieder einen halben zu hoch hier passt es wieder also anscheinend muss ich folgendes machen wenn man jetzt von diesen vorzeichen absieht da muss ich bei jedem zweiten Glied also ich schreibe die mal auf bei jedem zweiten Glied muss ich 0,5 abziehen ja ich markiere das mal rot so ok die stimmen also noch nicht deshalb auch in rot rot ist ja die Farbe für Korrekturen ok also da muss ich noch was tun die Folge wächst schon ich sag mal im richtigen Maß ja aber bei jedem zweiten Glied muss ich 0,5 abziehen das ist also das eigentlich schwierige da dran so die große Idee wie ich also hier eine Korrektur bei jedem zweiten Glied hier machen kann diese große Idee ist folgendes ich nehme einfach wieder meinen Alleskönner ja denn mein Alleskönner der macht ja folgendes der wiederholt sich immer nach dem zweiten Glied plus 1, minus 1 plus 1, minus 1 immer nach dem zweiten Glied macht er wieder das gleiche ja das kann man genauso als Periode betrachten wie bei der Sinusfunktion bloß habe ich hier eben diskrete Werte ja also ich will ich fasse nochmal zusammen nach jedem zweiten Glied eine Korrektur machen und der macht ja auch nach jedem zweiten Glied immer wieder das gleiche gut dann mache ich folgendes ich zeichne mir mal den Alleskönner auf der Alleskönner der macht ja folgendes das hier sind also meine Werte n da habe ich 1, 2, 3, 4 mehr brauchen wir glaube ich gar nicht so und wenn ich hier die für n gleich 1 einsetze habe ich minus 1 minus 1 ist hier hier ist plus 1 nehme ich jetzt mal eine andere Farbe bei 1 habe ich also minus 1 setze ich für n die 2 ein habe ich eine 1 setze ich die 3 ein dann habe ich wieder minus 1 und setze ich die 4 ein habe ich wieder plus 1 so gucken wir jetzt mal also wenn ich ungerade Glieder hier habe ja da wird also 1 abgezogen ich bin ja hier bei minus 1 gut bei ungeraden Gliedern muss ich hier nur 0,5 abziehen aber das wäre kein Problem ich könnte ja meinen Alleskönner mit 0,5 multiplizieren dann rutschen diese Punkte hier näher an die Nulllinie ja und dann ziehe ich nur ein halbes ab das wäre also schon mal ganz gut ja das Problem sind allerdings die geraden Glieder ja 2,4 und so weiter und da soll gar nichts gemacht werden ja das ist ja schon okay die stimmen ja da über 1 2,2 3,3 und so weiter aber unser Alleskönner Alleskönner macht da etwas obwohl er eigentlich nichts machen soll nämlich der addiert 1 so und jetzt kommt der nächste Trick ich verschiebe einfach dieses ganze nach unten indem ich vom Alleskönner 1 abziehe also das ist mein Alleskönner hier und vom Alleskönner ziehe ich 1 ab minus 1 dann rutscht also ist ja praktisch eine Funktion rutscht die nach unten ich muss das jetzt mal eben aufzeichnen Augenblick so minus 1 minus 2 okay so also stellt euch vor diese roten Punkte hier das sind die Folgenwerte oder Funktionswerte könnte man auch sagen Folgen sind hier nur Funktionen und die lasse ich jetzt alle nach unten rutschen indem ich 1 subtraiere dann bin ich dann wird die 1 hier zu minus 2 also aus minus 1 wird minus 2 1 nach unten gerutscht und gucken wir mal die 2 da wird aus plus 1 wenn ich 1 abziehe wird 0 muss ich jetzt mal ein bisschen dicker machen dann kommen wir ja hier zur 3 was passiert da da wird wieder 1 abgezogen es wird ja immer 1 abgezogen dann wird aus minus 1 wird minus 2 so und gucken wir mal nochmal bei der 4 da wird aus der plus 1 wenn ich 1 abziehe wird 0 so und das wiederholt sich dann immer eigentlich wiederholt es sich schon nach hier minus 2 0 und dann wiederholt es sich minus 2 0 minus 2 0 und so weiter so und das sieht schon verdammt gut aus denn wenn ich hier eine ungerade eine ungerade Zahl habe 1 3 5 und so weiter dann wird etwas abgezogen und genau das muss ich ja hier haben bei ungeraden n muss ich etwas abziehen da habe ich ja den roten Strich gemacht da ist immer etwas zu viel und bei geraden Gliedern gucken wir mal was da passiert bei geraden Gliedern 2 4 und so weiter wird 0 abgezogen oder addiert besser gesagt und das passiert ja hier auch das möchte ich ja auch haben ich möchte das nichts hinzuaddiert werden bei geraden Gliedern sieht man ja da stimmt der Wert schon das Ziel ist 1 und n halbe ist auch 1 ja also das ist der Trick ich nehme meinen Alleskönner und verschiebe den um 1 nach unten so jetzt haben wir ja nur noch ein Problem also der Alleskönner um 1 nach unten verschoben der zieht bei allen ungeraden Werten etwas ab aber er zieht zu viel ab der soll abziehen 0,5 also das das Vorzeichen nicht beachten zwischen 0 und 0,5 ist 0,5 Unterschied zwischen 1 und 1,5 ist 0,5 Unterschied also immer 0,5 überall da wo dieser rote Strich ist da muss er 0,5 abziehen und ich ziehe hier minus 2 ab bei den ungeraden also muss ich das Ganze noch durch 4 dividieren also mein Korrekturfaktor hier ich schreibe mir jetzt mal hin so da kommt erst mal eine Klammer drum rum dann kommt hier mein Korrekturfaktor also minus 1 hoch n um 1 nach unten verschoben und den muss ich durch 4 dividieren weil ich eben nicht 2 abziehen will sondern 0,5 also nur ein Viertel davon ja also das ist dann der Korrekturfaktor ja wo mache ich es jetzt ich schreibe es mal hin Korrektur und dann fassen wir also zusammen wir haben also eine Folge die wechselt bei jedem zweiten Glied das Vorzeichen und dazu ist dieser alleskönner dieser Vorzeichenfaktor hier da minus 1 hoch n das war noch das einfachste dann haben wir gesagt die Minuszeichen können wir alle vergessen die werden durch diesen Vorzeichenfaktor übernommen gucken wir uns nur noch die Beträge an da haben wir hier 1,1 2,2 3,3 das heißt jede Zahl erscheint doppelt und deshalb wächst diese Folge nur halb so schnell wie normal also muss ich n durch 2 dividieren so dann habe ich zu n durch 2 mal die ersten Folgeglieder ausgerechnet und dann haben wir gesehen bei allen ungeraden muss ich 0,5 abziehen ja und das mache ich durch diesen Korrekturfaktor also durch diesen Bruch der funktioniert folgendermaßen minus 1 hoch n unser Alleskönner schwankt zwischen minus 1 und plus 1 ja aber ich möchte bei jedem zweiten Glied nichts machen also ziehe ich 1 ab und dadurch schwankt er zwischen 0 und minus 2 ja also bei geraden Gliedern passiert da nichts mehr da wird 0 addiert ja aber da ich bei ungeraden Gliedern zu viel abziehe muss ich nochmal durch 4 dividieren damit hier nicht minus 2 abgezogen wird hier und hier sondern nur 0,5 gut die Formel sah glaube ich auf der vorletzten Tafel etwas anders aus aber man kann das auf verschiedene Arten machen ja und deshalb gibt es verschiedene Formeln aber das ist denke ich mal die einfachste ja damit sind wir am Ende ich verabschiede mich auf Wiedersehen